Der Toad ist bereit, seinen Charakter zu wechseln, Leute. Ich bin's, euer Dagevian, und wir wechseln jetzt, wie gesagt, unseren Charakter zu Blau'n Toad, und da kommt Toadette. Und Yoshis und Mopsi, ob ich die nehmen, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, die kriegen halt keinen Schaden, ne? Kann ich dann vielleicht später machen, wenn ich in ein paar Level noch Sachen abgrasen muss. Aber jetzt gehen wir erstmal hier rein. Sieht nach einem Rutsch-Level aus. Meereshöhle der Stibitzkes. Stibitzkes? Die Stibitzmeer, alles. Wie fahren wir es eigentlich? Naja, ich ess gleich. Die Part Marisch noch, dann wird gefuttert. Ich kann nicht springen, okay. Ah, das war die mit Stibitzkes. Die Stibitzmeer. Ach so, dann, okay. Ja, ich pass da doch rein, okay. Also, ich kann da doch rein, meine ich. Oh, rein da. Ein bisschen komisch, Feuerblumen unter Wasser zu benutzen, ey. Boah. Oh Gott. Oh Gott. Na, guck mal, die Donuts. Wie schmeckt denn nicht mehr Wasser? Na, guck mal, die Donutsch. Perfekt. Oh nein, was ist das? Oh, ich wollte da gar nicht rein. Na, guck mal, wieder rein da. Ups, verpasst. Hör. Ja, da rein. Oh. Oh. Oh, ich bin ja. So. Okay. der todkopf kriegt davon furcht kopfschmerzen der tod er hat sich veranstaltet mit dem lott das kommt umgekehrt jetzt hier alles ich muss nicht so hektisch machen ihr habt keine zeit damit der kacke das ist voll geil irgendwie denke ich ganz klar ich muss vorher abdüsen hier zack und Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, du. Oh, nein. Ich schütt mich genau dahin. Den Weg, den Laufweg gesprungen, ey. Oh Gott, steht rein da. Oh Gott. Oh Gott. Kann ich... Kann ich... Geht das? Oh, geht echt? Oh, komm, ey. Oh, komm, ey. Oh, Gott. Oh, scheiße, ey. Ah, shit, ey. Ich glaube, ich habe schon was verloren jetzt hier. Ja, shit. Kacke. Leute, man kann wieder zurück? Ich habe leider keine Blumen, äh, Seifenblasenblumen mehr, das habe ich leider, sagen wir mal, so ganz schön verkackt. Ach, schade. Ach, schade. Das habe ich ganz gekonnt für Haun, ey. Dann machen wir kurz eben noch mal, Leute, komm. Parts sind wir gerade mal bei der Hälfte, bei der Hälfte des Parts, gerade mal, ey. Okay. 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 Uh. Da, ist gefährlich. Ich warte lieber her. Ist ja nicht so, als könnte ich einfach wegknüpfen. Nein, nein, nein. Ah, shit. Oh, Gott. Ich habe vergessen, dass die Dinger ein neues Spawn, ey. Gott. Gott. Was? Das war ja wild. Gott. Geh da rein, ey. Ja, hallo. Ja, ja, ja. Passt doch auf. Das passt besser auf, ey. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Das war's für heute. boah der rück muss von den scheiß ding an mal die luft ist rein und zwar so richtig dass immer haben wir das level noch mal ganz anders kennengelernt so weit so schlecht das level noch mal zu machen hat auch wirklich alles geklappt ja sitzt ja kommt dass er es nur gibt wir kommen ja nicht rüber was ich zugehört bürgchen gebirge ich kann die ich kann die rechte rechte seite hin da kommt das wohl noch so hier habe ich alle fertig ne ja habe ich dann da da ist kein haken vorne dass er zieht mich immer noch ein bisschen da habe ich eine 10 damit zu vergessen da habe ich in der samen vergessen da habe ich den samen erst recht vergessen ach kommen wir uns irgendwann mal drum wir jetzt erstmal ins würgchen gebirge dieser tolle aussicht gehört ganz allein mir so wir sind im wölkchen gebirge angekommen gipfel sollte es einen königssamen geben prinz florian das wird keine einfache reise für mich mir wird noch schon so schnell kalt ach ja dann vergesse dass du dich wieder zeitorientiert kannst indem du l drückst du jetzt aber los doch das groß das gebiet hüte am fuß des wölkchen gebirges es ist so gar k-k-k-k-k Liont hallo prinz florian willkommen im wölkchen gebirge wo mutige wandern sich bis in die fim precenству die höhenwagen am gipfel ist es besonders schön er geht perfekte ort um laut ins teil zu rufen das gibt ein tolles echo wer da treibt sich im oْmter dieser unruhe stiftet dort herum also sollte man den gipfel besser meiden wir sind verzweifelt bitte befreit unseren berg ich gebe euch auch diesen wundersagen bitte bitte nicht mehr um nicht mit uns natürlich helfen wir bestimmt ist es wieder dieser browser junior überall sein unwesen treibt klettern wir bis zum hoch zum gipfel und holen wir uns diesen bergzeug und dann und die königsam auch bitte bitte wundersame halten perfekt was das denn rätsel der verstecke abzeichnen clips pro machen wir das eben noch schwierigkeit für vier abzeichen test klipp sprung springen gegen ein wand drücken immer gott gott Naja. Boah. Wuh. Boah. Ich hab's gesammelt. Boah. Alter Schwede. Das meint ihm schwer. Der kann ja mal stehen bleiben auf dieser Plattform. Oh. Ich hab's gesammelt. Boah. Boah. Oh Gott. Oh Gott. Wuh. 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 hell Mh, ich mach's mal eben ganz kurz eben schnell, dass Ihr doch kein Problem werden. Ja, sicher. Gott. Nein. Gott. Okay, dann gehe ich da, sprich, glaube ich, da ist es nachher ran. Oh Gott. Nein, oh Gott. Ja, danke für den Tipp. Oh, was? Boah, wie mache ich gerade diesen Schmuff, ey? Oh Gott. Oh, was? Boah. Gott. Boah. Boah. Ah. Oh, wirklich. Ich habe gleich den Abdrück vor der, vom Knopf im Finger. Oh. Oh. Oh Gott, ey. Alter. Oh, nee. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Oh, nö. Schwede, Leute. Das ist erfüllen. Das ist doch gar nicht mal so schwer jetzt. Ich bin doch am Ziel jetzt. Alter. 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 Oh, geschafft. Boah. Boah. Alter. Boah. Oh. Alter, ich habe vorhin den Abdrück vom Knopf im Finger jetzt, ey. Aua. Genau, ein gutes Bild an der Stelle, ey. Dieses Abzeichen hast du gemeistert. Möchtest du es verwenden? Klar, überhaupt nicht. So, danke, Leute. Da würde ich mir mal sagen, dann bedanke ich mich echt fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Gib dem Video noch einen Daumen hoch. Und vielleicht auch einen Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Immer schön Jaffa-Keks essen. Euer Divi oder auch Dagevian. Gerne. Tschüss. Ich soll mich auf jederzeit. Los, soll ich mich gleich sehen. Bis zum nächsten Mal. So, ich soll es. Ente